Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh Gott, und links auch noch. Na, ist er so da. Oh, verdammt. Die kleinen machen Damage, ey. Was ist denn da los? Gleich ist der Jagd-Tuch wieder fertig. Und den haben wir, glaub ich, auch gut ermöglicht. Hallo? Schreiß immer. Jetzt. Zack, und, zack, und, zack. Und schon ist er down. Jawoll. Super. Superbien. Jawoll, jawoll, jawoll. Wann war's das bitte? Könnte es das bitte gewesen sein? Sieht so aus. Los, weiter, weiter, weiter. Es muss schnell gehen. Schneller, schneller, schneller. Hopp, 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 hopp. Heya, 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 heya. Ah, super. Hier will ich kämpfen an so einem Abgrund. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars im ersten Teil. Also quasi im vierten Teil. Also dagegen darf Maul am Ende kämpfen. So sieht das hier grad für mich aus. Und Gold ist gar nicht mal schlecht. So, na, wo sind die nächsten? Eieieieieieieieieieieieie. Aber wir Metzeln gut durch. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir durch sind. ein knochenhaufen für den putzi ein gesundheitsdrang auf den schild scheißen wir jetzt auch mal benutzen wir eh nicht weißt du verstehst du da wie die sonne reingeht das finde ich schon ein bisschen cool grafisch natürlich nicht gar so geil das spiel ist von 2006 was willst du erwarten aber hey sie haben es versucht immerhin ich habe im hintergrund jetzt noch ein anderes spiel laufen weil ich da unbedingt weil man da nicht speichern kann und irgendwo weitermachen sondern da ist drin bleiben muss und scheiße was geht hier ab da ist irgendwie eine zauberspinne oder uja das geht mit euch ja leute leute das wird ja was ich sagen wollte ich habe im hintergrund noch felde laufen und trotzdem läuft hier alles flüssig trotz aufnahme das ist schon ziemlich cool so einfach mal aufsammeln anschauen kann man es uns später und haben diese handel die zum bonus bekommen da muss ja irgendwo eine fette spinne sein oder irgendwie so eine zauberer spiel aber es sieht nicht so aus wundert mich gar nicht halt doch dauernd brandt oh mann da rennt er weg wenn die feinden gar nicht tot sind das ist der beste krieger hey oh da höre ich was hilfe hilfe oh wer bist du denn du bist ein dicker alter scheiße ich dachte machen wir mal eben weg aber aber jetzt geht es ja mit dem jagdruf gut ist denke ich ja auch mit dem fahrtränkel dann machen wir das na los na los nice die trauen ach das war die witwe das heißt ich habe jetzt den dicken den den verstorbenen mann gerecht oder wie nö ist noch nicht fertig ich lese mir dass es nicht durch tut mir leid schützender ring blitzwiderstand verzierte truhe nice gold 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 arm schienen haltbarer stört reif und zwar 40 euro feuerwiderstand 44 rüstung und gesundheitsregeneration wie gut ist das denn wir brauchen noch ein bisschen stärke geil 15 rüstung und 19 energieregeneration ja das ist nicht so gut okay ist hier sonst noch was eine einfache truhe na super sie mal einer an acht stärke hätte könnte man gebrauchen ich weiß nicht sollen wir mal auf das leben vielleicht kappen ist schon ganz schön viel leben und wir kommen immer noch nicht auf 143 da wollte ich eigentlich hin na gut aber wir heben uns sind trotzdem auf eine weise gut und was ist jetzt noch in der hülle da geht es noch weiter ich hab euch alle lieb ich hab euch alle lieb alle hat mich lieb alle spinnen mag ich ja die sind so wunderbar denn spinnen können mir gar nichts tun ist hier noch was oder geht es nur rum abgesehen von der trugel sollte hier nicht die welle sein ich dachte wir schaffen das jetzt ich würde jetzt eigentlich wieder aufhören täten wollen verdammt die folge muss heute noch raus das ist das problem war eskalation oh na super hey wieso greifst du nicht an du bist so dumm mann oh meter so weg bist du gold gold gesundheitsrank super 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 nicht auswendig und hier gibt es noch wohin was ach das ist der Hund der Dämonen wir haben doch hier eine Dämonenklingel alter übel übler kniebel was geht denn ab krasse scheiße wie schnell haben wir den Dämonen gekriegt wow ach das ist ein lauter Dämonen dann kann man ja gleich auf der Waffe bleiben auf unser Todesdämonen wer war danach was solltest du noch ein Körperkrämer alter Fledermauszahmen super so da geht es noch weiter alter wie tiefe sind die Höhle bitte nochmal eine Abzweigung verdammt ich wollte doch nicht so lange aufnehmen aber ich kann die Höhle jetzt auch nicht Höhle sein lassen und das alles nochmal machen aaaaaah so na kommt doch alle ran immer her damit da hab ich doch alle lieb weißt du ja bam 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 aufs Maul ja die harte klinge Atme das ist schon nice Knochenhaut fett gut ach das ist nur ein Rundumgang fällt mir grad auf ein Lebensfresser ich will mein Leben doch behalten Leute 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 Scheiße raus hier raus hier raus hier raus hier oh ja wie schnell die sind ich bin überhaupt nicht down und die heilen sich verdammt nein oh so wieder gar nichts oder bieter was doch da bieter was oh shit 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 und hier sind die anderen heilt das ist ja bullshit jetzt sagen wir gut jetzt wird es wohl lockerer gehen komm schon trink dein Tank trink dein Tank trink dein Tank sehr schön sehr schön wir haben es wir haben es wir haben es wir sind die allerbesten wuhu ja ja Dämonenblut wie gesagt ich schaue mir das alles nicht an ich rush einfach durch auch was mir übrigens sehr leid tut aber naja was willst du machen so was ist hier was ist hier was ist hier ach wir hatten langweilig lang 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 langweilig bam so heilskette der Energie achso Energie ja gut wo ist jetzt da weg damit ähm 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 ich hoffe dass hier vielleicht noch ein Grunnen kommt an den wir uns vielleicht mal kurz abstellen können und kurz speichern und kurz die Aufgaben wieder beenden aber dem wird wohl nicht zu sein oh Leute seit wann können wir Rappen überhaupt Bögen benutzen das ist doch unmöglich Gold 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 gut Stäbe brauchen wir nicht haben wir genug und hier sonst nix mehr was ist da halt was ist da Ausgang hey Ausgang das klingt doch super lass mal schleunigst dahin rennen ja gut wird das halt eine längere Folge mein Gott kommt sie vielleicht heute nicht mehr on dafür halt was anderes ich hab noch äh mal ein bisschen was in petto also eigentlich nur 10 Minuten folgen von was anderem aber wir können ja mal gucken ob das äh vielleicht gefallen findet mal sehen schon weiß es nischt ach schon wieder so ein Lebensfresser verdammt oh die sind scheiße ey wie sie sich wieder heilen und ich hab keinen Jagdruf zur Verfügung verdammt damn it komm wir müssen nur einen totkriegen einen müssen wir totkriegen da halt sich immer wieder shit 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 ich darf ihn nicht trappen lassen gleich haben wir ihn gleich haben wir ihn gleich haben wir ihn nein wir haben ihn nicht 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 scheiße zaubert lang jawohl wir haben ihn damn it lauf doch lauf lauf vielleicht erst um die kleinen kümmern scheiße scheiße ich lauf ihn nicht wieder an noch schnell einen Trank in die Birne und jetzt müsste es eigentlich hin komm schon komm schon komm schon na los na los na los geht down wieso kann der sich heilen und gleichzeitig pur und das ist doch so fies das kann doch eigentlich nur jetzt gut komm weiter 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 ich hab doch eigentlich gar keine Zeit ist hier der Ausgang ne aber wo gehst denn hier schon wieder hin zu geraten na super aber da ist nichts besonderes da ist nur wieder eine Kiste komm lass auf die Kiste scheißen ich will doch auf nichts scheißen mir tut es so leid komm komm mach ihn jetzt halt platt wieso bist du so langsam ey nur weil du verkriegtet bist scheiß mal nicht rum kleiner oh super ein Trank wow ich bin ich bin entzückt lauf 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 immer Richtung Ausgang immer Richtung Ausgang aber die kleinen sind ja süß was die für Leuchteaugen haben wenn dir so einer nachts irgendwie im Gang begegnet ist das uncool oder in der Küche wenn er irgendwie Leid gebraucht oh vielleicht was ist denn das Frostschreie super wollen wir den kurz mitnehmen ja gut zack wow ich glaube ich hab da noch einen Dämonenhund gesehen oder kann das sein so im Augenwinkel mal gucken Tatsache shit aber wir können sie verlangsamen das ist super danke Frostschreie das ist ja echt geil vielen Dank Herr Frostschreie aber ich will doch eigentlich zum Ausgang Mann ich sollte hier gar nicht sein ich sollte zu Hause sein auf der Couch liegen und mir das und das Leben genießen Wein trinken schlürfen Ziegenkäse essen aber nein stattdessen plage ich mich hier mit finsteren Gestalten rum und wieso ist der Ausgang wieder weg ist der Ausgang variabel oder was verschiebt das ich mal ab und zu ist das eine Schiebetür oder was so mit Bewegungsmelder erkenner Sensor ja da ist der Ausgang da ist der Ausgang da ist der Ausgang da ist der Ausgang da sind Brunnen wir haben es geschafft Leute vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal bis morgen Tschüssi bis hin bis jetzt bis zur ausgang Canant Vielen Dank.